Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Part 23 von My Time at Porsche. Äh, unsere Box ist jetzt auch kaputt gemacht worden. Das seh ich jetzt erst. Pinky? What is it? Okay, wir brauchen zwei Holzbretter, um die Rohstoffküste zu reparieren. Die brauchen wir halt jetzt gerade noch nicht so unbedingt. Aber was ist denn im Brief? Von Petra. Ich habe von Presley erfahren, dass du einen Auftrag für einen Töftöft-Transporter angenommen hast. Für dieses Fahrzeug brauchst du Teile, die aus Relikten bestehen. Und ich weiß nicht genau, wie wir vorgehen sollten. Komm zu mir ins Forschungszentrum und ich erkläre dir die Details. Alles klar, das machen wir dann gleich mal. Hier, die Bronzplatten sind in einer Stunde fertig, dass wir das hier dann platzieren können. Und dann können wir in der Zeit eigentlich ruhig mal zu Petra gehen. Wir können hier mal schauen. Hier die Steinziegel sind fertig, da können wir was Neues hin tun. Kupferbarren, die braucht man immer. Dann habe ich hier letztens mal gestärktes Glas gemacht. Da können wir jetzt ruhig mal... Was haben wir denn hier? Holzkohle könnten wir mal machen, wa? Aber das geht glaube ich nur... Ah ne doch. Können wir mal ein bisschen Holzkohle machen. Kommt, so. Zinnlegierungen könnten wir auch machen. Weiß noch nicht, wofür ich die brauche. Aber cool. Klappt das jetzt, wenn ich das Haus hier... Muss ich die Sachen erstmal beiseite stellen, wenn ich das Haus jetzt vergrößern will? Ich mache das mal schnell, sicherheitshalber. Äh, da läuft gerade irgendwer, der... Achso, hä? Achso, wir müssen die Box fertig machen. Das ist unser Auftrag gerade. Okay, wartet mal. Holzbretter. Zwei Holzbretter. Machen wir doch mal schnell. So, dann hier. Reparieren. Bäm, 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 bäm. Sehr schön. Kleine Rohstoffe mehr. Wir müssen zur Bernsteininsel und den Töftöfttransporter machen. Ich glaube, leider für den Töftöfttransporter muss ich auch die Montagestation vergrößern. Wir haben jetzt hier die Bronzeplatten fertig. Dann kann ich das direkt mal versuchen. So, platzieren. Den machen wir hier. Den zurückholen und beiseite tun. Da hinten zu dem anderen. Dann platzieren. So, und wenn ich jetzt einen Töftöfttransporter platzieren möchte... Doch, passt hin. Schön, ist ja niedlich. Und dafür brauchen wir enorm viele Sachen. Oh Gott, das wird eine Aktion. Das wird eine Aktion. Mit Petra reden wir am nächsten Tag. Das ist nämlich schon jetzt... Also, wir müssen jetzt erstmal hier ein paar Vorkehrungen treffen, damit wir am nächsten Tag alles hier machen können. So, ich habe hier gerade mal alles rübergeräumt. Sieht jetzt gerade ein bisschen sehr unordentlich aus. Es tut mir leid, aber ich wollte hier genug Platz haben, dass wir unser größeres Haus dann einwandfrei platzieren können. Und ich würde jetzt mal schnell an der Werkbank schauen, was wir für den Töftöfttransporter alles machen können. Wir brauchen drei Gummireifen. Das kriegen wir hin. Wir brauchen zwei von den Sitzen. Wir könnten sogar drei machen. Super, guckt mal. Und die können wir nämlich schon mal direkt platzieren. Reifen platzieren, platzieren und platzieren. Und dann noch den Sitz und hinten auch noch Sitze. So, und was fehlt uns jetzt hier noch alles? Guck, auch schön. Mehr ist es gar nicht mehr so viel. Guck mal, wir haben die Kupferbarren, Glas- und Faserstoffe und den kleinen Motor. Wir müssen halt nicht mal mehr mit Petra reden. Und zwar brauchen wir hier von dem kleinen Motor einen. Den nehmen wir mal mit. So, dann brauchen wir Glas. Ich weiß nicht, ob wir genug davon haben. Wir werden es sehen. Dann waren es Kupferbarren, glaube ich. Ich nehme sicherheitshalber auch die Bronzebarren mit, falls ich mich wieder verlesen habe. Und Faserstoffe. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt noch herstellen müssten. Ja, das machen wir mal schnell. So, wo ist unsere Textilmaschine? Ich habe ja alles umgeräumt hier. So. Sechs brauchen wir. Gut. So. Und die brauchen über Nacht und dann sind die fertig. Das ist cool. Ich gucke jetzt mal, ob das Glas jetzt gereicht hat. Tatsächlich exakt die fünf Glas, die wir noch haben. Den Motor platzieren wir noch. Dann waren es, glaube ich, die Kupferbarren. Ich bin richtig fasziniert, dass wir das jetzt schon so geschafft haben. Alles, dass wir diese ganzen Sachen da haben. Jetzt fehlt uns echt nur noch der Faserstoff. Ich bin beeindruckt. Gut, ich werde mal jetzt Folgendes tun. Ich sortiere jetzt mal mein ganzes Inventar wieder. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Es ist der nächste Morgen. Jetzt müssten unsere Faserstoffe fertig sein. Und übrigens, ich nehme gerade heute mal bei Tageslicht auf. Heute ist tatsächlich mal Licht draußen. Und ich glaube, das sieht man auch. Meine Haare müssten hier so glänzen. Mittlerweile ist schon wieder ein bisschen weniger Licht, als eben, wo ich angefangen habe, aufzunehmen. Aber ich bin richtig baff gewesen heute. So, jetzt werden wir mal unseren Tef-Turf-Transporter in Angriff nehmen. Und danach rennen wir Pinky hinterher bei blödem Wetter. Ach, Mann. Wollen mich schon wieder ärgern hier gerade alle. Gleich fertig. Gleich fertig. Dann können wir unserem Dingens hier mal was in Auftrag geben. Und zwar... Oh, wir haben kaum noch Kupfererz. Wir müssten mal wieder in die erste Mine. Wir machen mal Zinnlegierungen hier. Zehn Stück oder so. Ich weiß nicht wofür, aber kann nicht schaden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und Fertigung abgeschlossen. Dann haben wir unsere Faserstoffe. Und unser Tef-Töffi ist fertig. Okay, ich muss es noch an Pfannen geben. Dann zählt es erst. So, wir rennen hier mit. Oh, ich könnte mir den hinstellen. Ich könnte so einen für mich selber machen. Wie cool. So, wir haben noch einen Brief. von der Handelsgilde. Und zwar haben wir vier Energiesteine und zwei Härtungsflaschen gekriegt. Das ist sehr cool. Lieber Handwerker, gestern hast du uns dabei geholfen, bei der Inspektion Produkte zu untersuchen. Wir danken dir dafür. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Zeit. Die Handelsgilde von Porsche. Das nehmen wir natürlich an. Ist zwar kein Geld. Schade. Und wir rennen zu Antoine. Hallo, Antoine. Die Qualität ist gut. Gut Arbeit. Since you finished the DVD, I'm supposed to tell you to go see Mr. Mayor. He wants you to build some road signs or something. Okay. 1800 haben wir dafür gekriegt. Was gibt es hier jetzt noch gerade für Dinger? Wir könnten noch ein Töv-Töv-Fahrzeug annehmen. Ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt noch alles haben, aber gibt ordentlich Money. Ich mache es mal sicherheitshalber. Dann quatschen wir mal mit Gail. Ich kann den Auftrag mit dem Töv-Töv-Transporter ja auch wieder abbrechen, falls ich das doch nicht mehr machen möchte. Wartet mal, Gail rennt gerade, ich habe ihn gerade auf der Karte gesehen, der rennt gerade zur Kirche. Immer hinterherlaufen muss man den. Wollen wir mal mitgehen und uns schön hier den Dingens anschauen? Gottesdienst oder sowas? Ah, da you are. Thank you for your help on completing the transport. Now that we have the vehicle, we need some stop signs to show folks where they can get on and off. For the initiation of the system, I want five DD stops. I'm commissioning you to build and place three of them. What do you say? Thank you. I'll take the commission. Now that I think about it, you probably don't have the necessary handbook diagram for this item. You need to go to the research center and talk with Petra. She should be able to help you. Cool, dann können wir jetzt noch Töf-Töf-Haltestellen machen. Petra, die läuft auch gerade da unten und da hinten ist irgendwer mit einem neuen Auftrag für uns. Seht ihr das auf der Karte, das Ausrufezeichen? Könnte wieder Sophie sein. Ich will mal kurz mit in die Kirche laufen, weil da waren wir noch gar nicht drin. Alle hier in einer Reihe. Och nee, ist das lieblich. So, guckt mal, dann schauen wir uns doch mal an, was hier in der Kirche gerade ist. So, ach guckt mal, da ist eine Kiste. Hier könnten wir auch Samen kaufen. Getrocknete Apfelringe, lecker. Was kann man hier rein theoretisch kaufen? Regenbogenblumen, ach schön. Wir könnten hier auch einen großen Pflanzkasten. Disks wollen die dafür. Kann ich nicht mal mit Geld kaufen. Ist ja asozial. Aber das sieht hübsch aus. Och, ein bisschen teuer halt. Boah, ich könnte mich wie so ein Engel kleiden später. Oh, wenn ich das Geld dafür mal habe, dann mache ich das. Bewässerungsturm. Lustig. Hältst du einen Vortrag? Ja klar, die explodieren. Was, wenn sie explodieren oder was? Klar werden die explodieren. War echt schön, die Kirche hier, ne? Schon hübsch. Fängt hier zu einer gewissen Uhrzeit irgendwas an oder kann man hier einfach nur schön sehen, wie sie alle in die Kirche gehen? Higgins, du Schwein. Ich weiß ganz genau, dass du das warst mit meiner... Oh, ich kann mich hinsetzen. Wir müssen erkennen, dass wir zu stolz auf unsere Errungenschaften geworden waren. Wir müssen der Technologie entsagen, die unsere Arroganz erst möglich machen kann. Wir dürfen nie wieder Technologie einsetzen, um uns gegenseitig zu verletzen. Blablabla. Aber alle sehr gespannt am Zuhören. Ist schon cute. Ich schaue mal, ob wir die Person finden, wo ich hier gerade noch gesehen habe, dass es einen Auftrag gibt und da unten rennt noch jemand um. Guckt mal. Ähm... Ups. Ich will doch... Ich will doch springen. Selbstmordaktion los. So, ja. Sehr gut. Was ist das denn da hinten? Ähm, da haben wir... Was ist das? Was bist du? Ach, hier kann ich die Töftöf-Haltestelle dann platzieren. Ah, okay. Und ich denke, es ist wieder Sophie, die einen Auftrag für uns hat. Sieht sehr danach aus, ne? Ach Gott, ich liebe Sophia, ne? Ich finde die immer so... Ich liebe so alte Omi. Die ist... Die ist so niedlich. Martas Lieferung. Klar, kein Problem. Aber bevor wir das machen, muss ich leider zur Bernsteininsel, Sophie. Es tut mir leid. Guckt mal, wie viele Sachen wir auf der Karte einfach gerade haben, denen wir nachgehen könnten. Und hier wäre die nächste Töftöf-Haltestelle schon. Ist ja nicht sehr weit weg von der anderen. Ach so, und dementsprechend sehen wir auf der Karte jetzt überall, wo die Töftöf-Haltestellen wären. Krass. Okay, wir rennen aber zur Bernsteininsel, weil wir wollen wissen, was Pinky versucht uns zu sagen. Es wollte uns bestimmt sagen, wer unsere Sachen demoliert hat. Da guckt mal, da ist die nächste Töftöf-Station. Falls ihr euch übrigens fragt, was ich heute für ein wunderschönes, rosiges Outfit trage. Ein wunderschönes Loungewear-Set. Ich sitze hier übrigens nur noch in Loungewear-Sets, ne? Das habe ich selbst genäht. Und ich bin sehr stolz darauf. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann könnt ihr das auf meinem anderen Kanal tun. Das verlinke ich euch mal oben, das Video. So, und hier ist Pinky. Warum hast du uns hierher gef... Höhle betreten? Interessant. Oh, ich bin gar nicht auf Kämpfen vorbereitet jetzt gerade. Ich hoffe... Da drin könnte es gefährlich sein. Machen wir! Oh. War doch sweet. Ha ha. Oh, die sind Level 20. Könnte gefährlich werden. Oh, ich habe auch nichts zu essen bei, außer diese Apfelringe. Okay, die machen aber nicht so viel Schaden jetzt. Ich mache mehr Schaden bei denen. Sehr gut. Oh, das ist... Alu hat die nur verfolgt, aber ich darf sie vermöbeln. Das ist schön. Das schlägt der... Hat der mich mit einem Reifen geschlagen? Der schlägt mich mit einem Reifen? Was zum Teufel? Gott sei Dank bin ich schon ein bisschen fortgeschritteneres Level, weil ich mir Mühe gegeben habe und Bäume geklopft habe. Oh, jetzt wird es ein bisschen doller. Ich glaube, Hass ist ein bisschen besser, kann das sein? So. Oh, oh, mein Controller vibriert wieder ohne Ende. Ah, okay. Oh, oh, oh. Das wird knapp, das wird knapp, wenn er mich nochmal erwischt. So, so. Oh. Ah. Warum couldn't you just pay up the first time? Kann uns bitte wieder Alu zu Hilfe kommen? Ich will wieder ein auf armes, entschuldiges Mädchen tun. Alu erzählen. I love it. Ist aber sehr nett von Pinky gewesen, dass sie uns das erzählt hat. Bei Auf McDonald's Hof gibt es Pferde zum Ausleihen. Was? Okay. Pinky, hast du sehr gut gemacht. Voll lieb von dir. Hast du super gemacht. Ich habe leider nichts da, um es dir zu schenken. Sonst würde ich. Dann renne ich mal jetzt noch schnell zu Alu und gehe petzen. Oh, schön. Guckt mal, ich habe Scraps gefunden und diesmal habe ich Hundefutter dabei, was ich ihm geben kann. Wir schenken. Hundefutter. Beziehung plus sechs. Yay. Sehr schön. Ich quatsche mal schnell mit Marta, weil wir hier jetzt gerade sind. Wegen Sophie. Oh, willkommen. Sophie ist wondering über ihre Erdung. Oh nein. Ich habe total vergessen. Ich habe gerade so beschäftigt. Sie hat acht Fruitt-Tarts gekauft. Aber ich bin für das Ausgleichen. Wenn ich dir die Recipe geben, könnte ich... Natürlich. Danke sehr. Es ist Ecke, Milch und ein bisschen Fruitt. Any Fruitt will do. Okay. Nochmal. Ei, Milch und ups. Ei, Mehl und ups. Äh. Gut, wir quatschen mal schnell mit Petra, weil Alu sehe ich jetzt gerade auch nicht. Petra hilft uns ja aber auch weiter. Ein DD-Stopp-Sign. Das sollte ein Bench und ein paar Signen, richtig? Mal schauen, für das, glaube ich, wir brauchen... Oh, du kamst. Ja, ja, mit dem kleinen Motor brauchst du uns nicht erzählen. Das haben wir schon längst. Ähm, okay. Auf jeden Fall braucht sie drei Datendisks. Die habe ich jetzt leider gerade nicht dabei. Hätte ich mir fast denken können, dass ich die mitnehmen muss. Die bringen wir hier dann, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich will jetzt erst mal noch mit Alu quatschen. Weil Alu ist mein Hase. Ich, äh, es ist auch überhaupt nicht, ähm, auffällig, wen ich vielleicht später irgendwann mal nehme als, als, ähm, Heiratskandidat. Wir sprechen mal mit Toadie hier. Nee, brauchen wir nix davon. Alles klar. Ich schwanke so. Ich kann es euch ja mal verraten jetzt, weil vielleicht könnt ihr mir ja auch in die Kommentare schreiben und ein bisschen bei der Entscheidung helfen. Ich finde halt Alu voll toll. Aber ich glaube, Alu ist diese Standardentscheidung, weil Alu ist halt voll toll. Meine anderen Überlegungen wären noch, dass ich irgendwann, ähm, Oaks nehme, weil Oaks finde ich auch wahnsinnig knuffig. Dr. Chu fände ich auch noch interessant. Und irgendwer war es noch. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich glaube, das war ein Charakter, den ich noch nicht kennengelernt habe. Der kommt noch im Spiel. Ich hatte aber online gesehen, dass man den heiraten kann. Alu, du bist so scharf. Du bist scharf. There you are. Sorry. We haven't made as much headway on this case as we would have liked. It's fine. I found out it was those bandits from before. They ran off after I beat them. You should probably leave beating criminals to us. That could have been dangerous. But I'm glad to see you're in one piece. I guess we owe Higgins an apology. We did bring him in for questioning. Yikes. Thanks for the update, though. We'll track those bandits down. Ich habe extra Higgins nicht beschuldigt, weil ich habe ja gesagt, ich möchte niemanden beschuldigen, ohne es zu wissen. Ich habe es zwar vorhin in der Kirche einmal kurz gesagt, aber ich habe ein paar Folgen vorher habe ich gesagt, ich möchte Higgins nicht beschuldigen, wenn man nicht weiß, ob es wirklich Higgins war. Nur weil er ein sehr beschränkter Konkurrent ist und nicht sehr höflich zu uns, muss es nicht heißen, dass er direkt hier was kaputt macht. Weil die ja trotzdem in Porsche alle versuchen, idyllisch miteinander zu leben. Ups, falscher Knopf. Und deswegen dachte ich mir eigentlich schon, naja, vielleicht war es auch nicht Higgins. Aber dass es die Verbrecher waren, da habe ich nicht mehr dran gedacht, bin ich ganz ehrlich, dass die noch da sein könnten. Hier ist anscheinend wieder eine Versprechung. Diesmal sind nicht so viele Personen da. Aha, aha. Und ich schaue mal schnell, ob wir das für Sophie alles da haben hätten. Wir bräuchten acht Tarts, waren es, ne? Haben wir acht Eier und acht Milch. Wir haben drei Milch und zwölf Eier. Die Milch können wir aber kaufen, glaube ich. Und Früchte haben wir, glaube ich, was zählten als Früchte. Äpfel kriegen wir ja, glaube ich, zu schnell zusammengesammelt. Aber ich habe alle meine Äpfel zu Apfelsaft verarbeitet, leider. Ich glaube, die Schlangenbären gehen auch. Das heißt, wir bräuchten nur Milch und die können wir tatsächlich sogar bei Sophie selbst holen. Und dann würde ich hier jetzt mal ein bisschen aufräumen. Mal schauen. So, jetzt ist es hier schon ganz schön dunkel. Und wir haben tatsächlich eine ganze Menge Geschäft mal wieder in dieser Folge. Und ich würde sagen, um Sophies Belang und um die Töf-Töf-Transporter-Stationen werden wir uns in der nächsten Folge kümmern. Ich sage euch an dieser Stelle nochmal, es hilft mir unglaublich momentan übrigens, wenn ihr mir Kommentare und Likes für diese Videos hochlässt, weil es ist gerade für kleinere Kanäle unglaublich schwer, in diesen YouTube-Algorithmus reinzukommen und bei anderen Leuten gefunden zu werden. Und dementsprechend jedes Like, jeder Kommentar hilft mir enorm, wenn ihr meine Videos mögt. Und da freue ich mich enorm drüber. Ich versuche auch immer, euch zu antworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt My Time mit Porta. Bis denne!